Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Da ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass euch ganz besonders Todesser zu interessieren scheinen, dachte ich mir, gehe ich mal auf die einzelnen Todesser ein, die besonders in der Harry Potter Geschichte hervorgehoben wurden. Mit dazu zählen bestimmt auch die Karos, weshalb ich euch heute elf Fakten über genau diese präsentieren werde. Los geht's! Fakt Nummer 1 Bei den Karos handelt es sich um die beiden Geschwister Alekto und Amicus Karo. Obwohl sich beide laut den Büchern ziemlich ähnlich sehen und schon seit Teil 6 der Halbblutprinz Horkamen, ist erst seit Teil 7 die Heiligtümer des Todes bekannt, dass beide Geschwister sind. Fakt Nummer 2 Die Karos gehören zu Voldemorts Todessern und dienen ihm bereits seit seiner ersten Schreckensherrschaft. Nachdem Voldemort verschwand, machten sich die beiden jedoch nicht auf, ihren Meister zu suchen. Doch zum Glück wurde ihnen das im Jahre 1994 von Voldemort verziehen, worauf sie sich ihm wieder anschlossen. Fakt Nummer 3 Die Karo-Familie gehört zu den Heiligen 28, eine Auflistung der 28 ältesten, reinblütigen Familien. Fakt Nummer 4 Es ist gut möglich, dass Flora und Hestia Karo zur direkten Familie gehören. Das ist aber nicht hundertprozentig bestätigt. Wir konnten beide in Harry Potter und der Halbblutprint sehen, während der Versammlung der Slugclubs. Fakt Nummer 5 Nachdem Dumbledore von Snape getötet wurde und dieser daraufhin die Stelle des Schulleiters übernahm, nahm Electro Karo die Stelle als Lehrerin für Muggelkunde an, da ihre Vorgängerin von Voldemort getötet wurde. Ihr Bruder Amicus wurde zum Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und nebenbei stellvertretender Schulleiter. Fakt Nummer 6 Während Electro ihren Schülern die Reinblutideologie im Fach Muggelkunde präsentiert und erklärt, wieso Muggel weniger wert seien als Zauberer und Hexen, lässt ihr Bruder Amicus den Cruziatus-Fluch in seinen Stunden an anderen Schülern ausprobieren. Meist waren die leidtragenden Schüler welche, die zum Nachsitzen verdonnert wurden oder sich gegen das aktuelle Regime erhoben haben. Fakt Nummer 7 Sowohl Electro als auch Amicus Karo sind während Dumbledores Ermordung im sechsten Teil anwesend und bekommen es hautnah mit. Danach setzten sie ihre Zerstörungswut in Hogwarts fort. Fakt Nummer 8 Letztlich werden beide Karos von Harry Potter, Luna Lovegood und Minerva McGonagall außer Gefecht gesetzt. Es ist unklar, wie ihre Zukunft aussieht, ob sie während der Schlacht von Hogwarts getötet wurden oder ob sie sich vom Zaubergamot verantworten mussten. Ich persönlich tippe auf zweites, da sie im Ravenclaw-Turm gefangen gehalten wurden und ich ihnen eine Flucht nicht so wirklich zutraue. Vermutlich wurden sie anschließend inhaftiert. Fakt Nummer 9 Electro Karo war es, die Neville Longbottoms Gesicht mit einem Fluch zerschnitt, nachdem dieser sie innerhalb ihrer Anti-Mogel-Propaganda gefragt hat, wie viel magisches Blut sie hätte. Ganz schön harter Boy, unser Neville. Fakt Nummer 10 David Yates, Regisseur aller Harry Potter-Teile ab Orden des Hönigs, sagte in der Zusatzdisk von Die Heiligtümer des Todes Part 2 fälschlicherweise, die Karos seien Zwillinge. Dies stimmt aber nicht. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 11 Der Vorname Electro ist griechisch und bedeutet so viel wie unaufhörlich im Zorn, was eine sehr treffende Beschreibung ihres Charakters darstellt. Ja, das war mein Faktenvideo über die Karos. Wenn euch noch weitere Todesser interessieren, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, denn in Zukunft würde ich gerne häufiger solche Faktenvideos machen. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr vielleicht die aktuelle Playlist abcheckt, wenn ihr noch weitere Faktenvideos sehen möchtet. In diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und ciao Leute!